Klappe und Action! Ich hab koa! Hoa! Wie, kam denn Natascha aber keine Haare am Sack? Hier, Uhren von einem beliebten Gefährt. Ja? Ein beliebtes Gefährt? So ein flachen Tell, wo man den Arsch drauf bewegt und dann... Geht auch mit Nylontasche gut, wenn man... Ich hab so einen Ring, ich hab so einen großen Badering. Aber ich weiß, dass du meinst, dieses Skiring, wo unten noch ein Einsatz drin ist, wo du dich reinhocken kannst. Sieht im Übrigen sehr schön aus, Panorama und so.